Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Andikücken, sag ich mal. Wir befinden uns halt hier im Menü und auch ohne Soundinstellung, ohne alles. Ich habe auch meine Kopfhörer nicht auf. Denn es geht darum, so Spiele, so wie jetzt Forza in dem Fall, werde ich nur noch so um die 10 bis 15 Folgen lang machen. Sprich, ich werde jetzt Forza abbrechen, da das Spiel definitiv einfach nur, es ist zwar schön, aber es ist die ganze Zeit immer das gleiche, wir fahren immer eine Strecke oder zwei. Und vom Sinne her ist es immer das gleiche, nicht so wie andere Spiele wie Crysis oder Battlefield, da ist wenigstens eine Geschichte drin. Hier ist keine Geschichte drin, da sage ich jetzt mal. Deshalb werde ich solche Spiele nur kurz antesten, so 10 bis 15 Folgen, und werde sie dann für mich alleine privat weiterspielen, einfach so, nur um euch zu zeigen halt, wie es jeweils Spiel aufgebaut ist. Ihr habt einen kleinen Eindruck von Forza bekommen. Und demnach hoffe ich auch, dass ihr euch das vielleicht holt oder auch nicht. Ist mir egal, man braucht ja halt ein Xbox One für das Game. Aber okay, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Ich habe hier schon eins auf Platte, das wird Bioshock sein, was ich jetzt demnächst anfangen werde. Ich weiß zwar noch nicht wann, aber irgendwann. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Let's Play. Euer Prophet, bis dahin. So, vielen, vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Äh, bin ich sehr dankbar natürlich für Kommentare. Bin ich natürlich auch relativ offen, sage ich mal. Äh, du kannst bei mir mal bei, äh, auf meinem Hauptkanal bei YouTube halt vorbeigucken, Twitter oder Facebook, da bin ich auch vertreten. Mittlerweile auch Google+, das ist jetzt hier gerade nicht eingeblendet. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Nichts, einfach nichts. Gut, gut, wir sehen uns vielleicht bei einem neuen oder beim nächsten Video von mir. Schönen Sie universities살ersande. 費, of die Ohrschk綸! Ja, das ist Eosaurus. lish ist natürlich ein Bioschk綴, meine Seite zu payen. Ich gehe mal aus dem Bild, sie sich gerade einmal aus. Aber diese ist ja so. Ich gehe halt aus. Und da habe jetzt nicht bei miribert. Und drei krachen. Und das ist ja so. jetzt liegt bei uns aber auch in diversion. Mit dem嘿ria. Und das ist ja ganz ehrlich aus.